Der Grund ist, nach zwei Impfungen ist man gut geschützt, aber dieser Schutz vor Corona, der lässt nach ein paar Monaten nach, nach ungefähr fünf, sechs Monaten, um dann weiter einen Schutz von der Corona-Infektion zu haben, vor allen Dingen auch von der schweren Corona-Infektion, braucht man nochmal eine weitere Impfung. Die Impfung nennen wir dann Auffrischungsimpfung oder Booster-Impfung. Diese beiden Impfstoffe, also sowohl Moderna als auch Biontech sind ausgezeichnet wirksam, auch bei der Booster-Impfung.